Ein Minister hat, der möglicherweise mit dem Fahrrad ankommt, deswegen musste das draußen bleiben. Also da hat das Belvieh möglicherweise, das Schloss Belvieh noch etwas nachzuarbeiten. Jetzt sehen wir eben auch Cem Özdemir, der wahrscheinlich jetzt alle Blicke auf sich ziehen wird und vor ihm rollen eben die Limousinen weg. Natürlich ganz wichtig, vorher noch den Helm anziehen. Auch das gehört zur Form eines Ministers dazu, mit der sehr legeren Jacke eben gekleidet, auch heute so natürlich gekommen. Und dann geht es relativ beschwingt, die 1,8 Kilometer nochmal links angezeigt, dass man abbiegen möchte. E-Bike, ernsthaft Cem? Also das ist, ich bin enttäuscht. Also wenn schon, dann doch selber strampeln. Wir wissen ja nicht, ob er den E-Modus auch anhat. Du kannst den Sportmodus ja auch aushalten. Guckst du mal bitte hin? Man sieht, da strampelt keiner. Er fährt. Doch strampeln muss er immer.